Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Session als Fahrdienstleiter in Railroad. Ich habe meine Karte in Northwest Pio Area Railroads geholt und die hatten 24 Stunden Fahrplan bei 117 Zügen. Also amerikanische Frachtzüge, das wird spannend. Wir werden natürlich nicht die ganzen 24 Stunden machen. Wir werden nur einen Teil davon machen und wer da möchte, kann das natürlich entsprechend selber dann spielen. Wir haben hier drei Eisenbahnen, die CSX, die North Fork Souther und die Indiana and Ohio Railway Iori. Und ja, wir schauen mal, dass wir das richtig hinkriegen. Ich habe mal kurz einen kleinen Blick auf die Karte schon gemacht und das ist riesig, was wir da jetzt gleich sehen werden. Wenn ihr euch das mal anschaut, ich bin jetzt schon ganz rausgesoomt. Da ist ein bisschen was los hier. Das Spezielle ist, hier da unten, der Streckenanfang, der geht hier in einen Tunnel rein. Und das Ende da unten, das kommt da oben rein und dann geht es dann hier weiter. Das ist, puh. Also da muss man halt mal schön rauszoomen. Wir haben auch schon den ersten hier. Der muss auf Gleis 2. Dann passt du hier schon mal in die SPL da rein. Und der muss nach CSX, Villard Subdivision to Villard. Das ist da hier. Das heißt, der muss hier einmal durch das ganze Areal durchfahren. Wir werden ihm erstmal Fahrt geben bis hier. Und dann mal schauen, ob da noch jemand anderes währenddessen herkommt. Höchstgeschwindigkeit 60. Und wir werden es mal hier vorspulen. Schaut euch mal das an, wie riesig das ist. Lock in der Mitte. Damit sie die Kupplung nicht zerfetzt. Aber zum Schluss kein Bär. Ja. Und der nächste. So, CSX, Toilette, Subdivision to Hamilton. Kannst du auch mal in die SPL fahren und du fährst dann da rein. Und jetzt könnte es nicht ausgehen, dass der da zuerst reinfährt. Dann fährst du da schon mal auf dem Gegenläußer. So. Ja, weißt du was? Wir geben dir jetzt schon mal komplett die Fahrt. Ja, auf die Mega-Strecke da. So. Vorspulen. Das Erpo bei der ist jetzt nicht ganz so lange. Das geht eigentlich noch. Stell dir mal vor, irgendjemand ist da wirklich so knallhart. Und tut dir nicht vorspielen, sondern macht das auf Echtzeit. Ja, wobei, so unwahrscheinlich, glaube ich, wäre es gar nicht. Wenn jemand da wirklich so hardcore das nachstellen will. Ah, Katzen tagt mir hier drin. So. Das geht sich wunderbar aus, weil der muss jetzt erstmal in die SPL da rein. Könnte natürlich auch eine Bergstrecke oder sowas sein. Für das kenne ich das ein bisschen zu wenig. Oh, da kommt der Nächste. Ah. Wo bist du? Ach, du bist da oben. Und du musst nach hier rein. Oder was? Na, da unten musst du rein. Wie kommst du da hin? Ach so, einmal da so runterfahren. Ja, alles klar. Ah, fährst du mal so. Ah, wobei, du fährst hier mal nach oben. Oh, der wird schon passen. So. Um dich müssen wir jetzt dann gleich kümmern. Du wirst dann hier gleich weiterfahren. Holy shit. Okay. Gerade aus. Über diese Kreuzung drüber. Bam, bam, bam. Und dann müsste es hier grün werden. Yes. Fährst erstmal bis... Was ist denn das hier? Northwest Ohio Intermodular Container Transfer Facility. Okay. Davon mache ich mal kurz einen Screenshot. Äh, F12. Das ist ein Blatt. Gut. Dabei haben wir der... Also, wenn es jetzt Mitternacht ist, dann kommt erst um 3 an. Naja, gut. Könnte hinkommen mit dem ganzen SPS hier. Ja, gut. Stellvorlauf. Alle mit 60. Aber ich habe dann auch noch irgendwie Personenzüge hier. Irgendwie mal durchrauschen oder so. Aber jetzt in der Nacht müsste er dann eigentlich... Na, wobei nicht unbedingt. Wiederzüge in der Nacht. Ich muss jetzt zingend ruhig bleiben. Da kommt schon der nächste. Yard Entrance. Ähm... Anklicken. Er muss auf Gleis 2 und bleibt hier erstmal stehen. Hä? Wie wirst denn du da auf Gleis 2 da runterkommen? Das geht doch gar nicht. Ich muss dich da auf Gleis 1 runterlassen. Außer... Ah, da bist du ein ewig langer hier. Wir tun mit dir mal ein bisschen rangieren. Ich glaube, das werden wir auch machen. Wo kommt der andere da her? Ah, der erste noch umfahren. Das heißt, das nehmen wir mal kurz zurück. Und das auch. So. Anhalten und wenden. So. 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 Machen wir das irgendwie so. So. Anhalten und wenden. Bitte fahr jetzt da auf Gleis 2. Okay, sehr gut. Dann hast du jetzt wieder frei Fahrt hier. Hallo. Achso, deswegen. Und da so. Komm, war da drüber. Nice. Du fährst dann nach Fosteria Controlled Siding. das ist das hier auf die 1. Okay, der fährt dann da so runter und noch rauf. Okay. Ging mal hin. Zeit läuft dir. Ja, 50 Minuten. Krass, krass. Ja, dann ist erst mal der Zug, auf den wir jetzt erst mal aufpassen müssen. Machen wir intelligente Sortierung. Der nächste. Ah, der kommt jetzt von hier rein. Einmal in der Spell bitte reinfahren. Wo musst du hin? Du musst noch da. Das erste beliebig eine Stunde stehen. Da bist du. Ah, da hinten passt die Weiche wieder nicht. Ich kann ich jetzt natürlich da gerade nicht durchschicken. Aber den eigenen Kollegen können wir hier schon mal weiterschicken. Okay. Da wäre jetzt ein automatisches Signal gut gewesen. Bis hierhin erstmal. So. Passt vor Ort. Hier ist alles klar da unten. Ja. Sofort. Zwei noch. Der ist viel zu früh dran. Bleib halt bitte nicht da drin stehen. Ist der Arne jetzt schon oben? Ey, der ist noch nicht da oben. Aber gleich. So, der taucht auch gleich mal auf. Das heißt, du darfst hier auch mal durchfahren. Und da würde ich sagen, stellen wir den erstmal ganz unten ab. Wenn du da gestanden bist, wo fährst du dann hin? Der fährt dahin, wo der erste Zug herkommen ist. Also müssen wir keine Richtung hier ändern. Praktisch. Cool. Deine Zug ist weg. Ist ja easy. Sagte er und dann kurz. Oh, oh. Er darf nicht anhalten. Wo fährst du hin? Du forst hier rein. Ey, Moment. Habe ich jetzt den richtigen noch? Ja, doch. Transferfacility. Also, gleicher Weg wie vorher. Erst erst mal bis hier hin. Nicht draußen. So, und jetzt können wir da die Einfahrt für den einen Zug machen. Cool. Dann kann der da erst mal stehen. Ach, wisst ihr was? Wir lassen nehmen erst mal da was kreuz drüber. Und du bleibst da stehen, gell? Wollen wir mal nachschauen. Ja, der bleibt da stehen. Er ist dann hier auf das zweite rein. Passt. Wo bist du? Du bist da oben. Du bist da oben. Du musst da NS Fortuna District New Haven links unten. Ist da links unten. Der muss dann einmal ja, okay. IC Fest du hier mal rein. Ach, shit. bis hierhin fürs erste und dann ah, der ist in der SPL drin. Sehr gut. Der Kollege bleibt hier noch 25 Minuten. Ich könnte mir jetzt eigentlich nur vorstellen, dass in echt den Fahrerinsleiter der Bereich ähnlich groß ist. Und in den Yards machen sie das dann halt selber. Und der Nächste. Wo musst du hin? Nach da unten. Alter. Nee. Wenn der nach da unten fahren muss, heißt es der Kollege muss hier die Strecke zurückfahren. Okay. Dann kriegen wir hier einen kleinen Stau. Mehr schneller. Ich würde sagen, er ist nah. Er braucht länger. Der hat seine fette SPL da. Ja, mal schauen. Ja, können wir jetzt eh nichts machen. Warte geht's. so, ist der anderen rumgeschrieben. 10 Minuten fährst du ab. Machen wir für dich schon mal den Weg. So, Control Siding 1. Das ist das da unten. Moment mal. Wie sollst du da eigentlich hinkommen? Von da aus? Das geht ja gar nicht. Hab ich hä? Wer überlegt sich denn sowas? Du musst hier irgendwie... Also mit dem Kollegen müssen wir hier mal rangieren, dann... hier unten rein. Ihr wisst sonst nicht, wie das gehen soll. Und danach fährt er nach da oben. Okay. Sehr schräg. Passt dann halt mit der Look nicht so ganz. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein Fehler hier in dem Vorplan. Ich schätze jetzt hier oben aus. Er ist jetzt da unterwegs. Müsst jetzt dann eigentlich hier durch. Kriegst du... Okay, dich darf ich anhalten, ohne dass ich eine Strafe kriege. Dich darf ich nicht. Warte mal. Oder? Ja, der kriegt eine Strafe. Der nicht. Ja, da machen wir das auch so. Ah, falsche Weiche. Ah, Fortuna Distriktionier Haven. Ah, Fortuna Dann müssen wir uns um den erstmal nicht kümmern. Cool. Der nächste wäre dann der da oben. Weiter in der Zeit hier. Noch ein Zug. Was? Leerjahrt. Wo ist das? Ah, das ist da oben. Ich muss dann hier auf die 5. Äh, Moment. Bleibt dann auch erstmal eine ganz lange Zeit stehen. Ist okay für mich. Okay. so, du musst ja nach gelb, das war hier unten, also der muss dann nach links hier ab. Hä? Moment einmal. Ah, doch, da kann er auf links fallen. Okay, 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 okay. Wo ist der jetzt? Okay, der muss nach Garrett's subdivision, also hier unten. Ah, ja, okay. Erstmal so. Jetzt müssen wir hier mal bei dem rangieren. Ah, fuck, 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 fuck. Du musst ja auch noch weiterfahren. Wir wissen es für ein Stück. So, ähm, bisschen muss er noch. Shit, der hat da oben jetzt kriegen wir hier Stau. Fuck, 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 fuck. Die weichen einmal so. du bitte anhalten und wenden. Ja, ich weiß, ich kann dir leider gerade keine Fahrstraße geben. Ja gut, ich kann eigentlich schon. So, Einzug weniger, um den ich kümmern muss. der Kollege hier fährt dann so. Einmal so, einmal so, einmal so. Erstmal, glaube ich, wir sind die letzte SPL hier. sonst noch einen vergessen. Nee. Und der dann gerade hinterher. Fuck, rückwärts weiter, dann hat er natürlich nur 30. anhalten und wenden. Sehr gut, dann fährt er dann hier schon mal richtig. cool. äh, was mache ich mit dir? Fuck, dich habe ich jetzt falsch geschickt, ich kriege dich jetzt doch nicht da rauf. Du musst wenden. Shit, 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 shit. Die Lokförder haben keinen Spaß mit mir. So. Anhalten und wenden, danke schön. Du musst hier reinfahren. Ähm, der Gleiswechsel ist dann erst da hinten. Okay, alles klar. Hahaha. Bis hierhin. Ah, so, du fährst dann nach da links oben, glaube ich, gell? Ja. Dann steht der jetzt schon mal richtig. Sehr geil. Der ist am wegfahren. Richtig kann man die Einfahrt mal geben. Du hast ja keinen Halter gehabt. Ne, der fährt direkt durch. Cool. Cool, cool. Ja, bis hierhin. Und da kommt jetzt er aus dem Kreuz gleich raus. Boys, vorspulen. Warum fährst du jetzt nur 40? Ist das Gleis hier 40? Ja, natürlich. War ja klar. Wo musst du hin? LS Blair Yard. Wo ist das? Ach, das ist da oben. Auf die 4. dann. Bis hierhin. Bis erste. Sehr gut. Der ist jetzt auch weg. diese Züge sind einfach zu lang. So, der fährt dann noch blau. Das ist da hinten, wo der andere hinfährt. Okay, wo fährst denn du dann hin? Noch Wilson Yard. Drei. Dann hier unten. Ja, okay, dann müssen wir heute hier mal ein bisschen rangieren. Wobei, wenn ich mir das so ansehe, dann ist das ja eh gewollt, dass wir das tun. Geht ja auch gar nicht anders. Ah, immer noch 40 hier. So, weitermachen. Ah, noch einer. Der ist jetzt wieder ganz da unten. Wo willst du hin? Ja, klar. Der fährt die ganze Strecke. Ah, dann fährst du jetzt aber hier gleich schon mal nach unten. Wobei, das wär's für'n Arsch. So, Einfahrt bis zu dem hier. Bis Erste. Ah, bei dir können wir jetzt den Gleiswechsel machen. Perfekto. Das ist hier schon die SPL-Ranrein büßen. Aber das sagt mal so eine X-Weiche. Das wär wesentlich praktischer. Acht Minuten fährt der nächste ab. Fahrstraßen kontrollieren. Ah, schick dich mal durch. Bis ans Ende. Da brauch ich dich erstmal nicht mal anschauen. Nice. Ja, ist der nächste, der hier durchfährt. Und auf die vier möchte er gerne. das heißt hier einmal rein und runter fertig. Nice. SPL ist frei. Ich muss sagen, geht jetzt noch vom Arbeitsaufwand her. Ich denke mir, das wird noch viel schlimmer werden und voller. Das ist der nächste. Oh, der kriegst eine Brems Penalty. Wohin fährst du? Erstmal hier beliebig und bleibt da stehen. Okay. Dann lasse ich dich mal so weit fahren, wie du aktuell fahren kannst. Nämlich bis hierhin. Nice. Autoblöcke so, machen machen wir. Weil du dein Jahr rein musst. Wart bis du mal hier bist, dass du mir da die SPL reintonnerst, ohne dass ich es mitkriege. Okay. Dann Gleis vier. Noch einmal so. Sehr gut. gut. ich geht es jetzt da weit da. Kann ich das schon machen? Wo ist der hier? Der ist in der SPL drin. Sehr gut. Und der muss jetzt das Nächstes hier durch. Du glaub ich bleibst im Jahr stehen. Ja, du bleibst stehen. Bis hierhin. Der Nächste kommt in 16 Minuten. Das ist einer der was hier drin steht. Ja, noch ein Zug. Scheiße, da kriegt auch eine Strafe wenn er stehen bleibt. Du musst nach da unten. Oh ja, ist ja easy. Ich würde sagen, bis hierhin kannst erst mal fahren und dann geht es für dich weiter nachdem er durch gefahren ist. Ah, der ist jetzt auch schon hier unten. Noise. der fährt dann in die SPL. fahren. Bis dahin und dann einmal da runter und dann würde ich sagen hier rein. sieht gut aus. Wobei das war dumm, weil der fährt jetzt dann gleich mal weg. Und dann baue ich das hier. Wo fährst du hin? Ah, halt, das aktuelle. Ach, das war da hier. Der fährt da einmal durch. Naja, gut. Fährstrasse bis zu der Kreuzung. Wunderbar. Und SPL. oh, tut meine coole IG. Wir müssen das kleine Rangiermanöver da machen. So, kurz mal anhalten. Du musst auf die 3 passt. Anhalten und wenden. Und was kommt da jetzt? Auf weiss noch hier zu fast die beliebig. Oh, shit. Boah, der fährt jetzt gerade los. Ja, das geht sich jetzt nicht aus. Der fährt jetzt zuerst weg. Beziehungsweise ist eh schon am anfahren. Schade, schade, schade. Stimmt, der ist aber der, was da nach oben fährt. So, bei dir klappt alles. Noise. 14 Minuten, Held am Signal. Wo bist du? Achso, ja, klar. Es muss so geil ausschauen aus seiner Sicht hier. Wenn das wird die Weiche knallt hier. Tu was mal hier rein. Der fährt nach da unten dann. Okay, der fährt gar nicht weit. Das heißt, du wirst dann wenden. Kann ich dich da durchlassen? Nee, er kommt jetzt. Der muss dann in das blaue runter. mal ganz rüber. Ups, das war falsch. Da wärst du falsch abgebogen. Cool. Noch einer weniger, um die ich mich jetzt nicht kümmern muss. Ups, ab in die SPL mit dir. Aber mach mal nicht zu schnell. Da fährt ein Bühne Zug vor dir. Na, okay, hab's nicht vergessen. Dacht schon. Du hältst hier. Schick ich dich jetzt gleich rein. Schickt man dich da aufs vierte oder dreite Gleis ist das. Dann fährst du weg um vier auf fünf. Noch und zu. Ja, klar. Wieder einer mit Bremsstrafe. Oh, scheiße. Den hab ich jetzt falsch reingelassen. Oder? Nee. Ah, du fährst nach da unten. Warum bist du auf der zwei? Was bitte nach da oben? So ganz ausgelifed ist es noch nicht. Der Fahrplan hier. Sehr gut. Stimmt. Ich kann man dann auch wieder durch lassen damit du ganz auf die rechte Seite kommst. Ja, ein Oh, der fährt jetzt los. Der muss nach da oben. Mach und ich schnell zuerst. Perfekt. Und viel Spaß da oben. Ciao. Muss ich auf die eins, oder? Ja. Cool. Sieben Minuten der nächste. Und das ist dann der da unten. Oh, Stichwort der da unten. Oh, ich hab dich vergessen. Entschuldigung. Er ist auf der Annäherung, er auch. So, fahren wir rein in die SPL da. Ich steig gern die Fahrtrasse stellen. Sonst im Bahnhof eine Minute und fährst dann nach da unten. Ähm. Wieso geht das nicht? Muss ich das hier machen? Muss ich hier machen. Cool. SPL freigeben. Viel Spaß da unten. So, da geht es. Mit das Retro Signale hier. Cool. Der hat da dann die Einfahrt. Das ist noch einer weniger. Oder Moment, du musst hier schon drüber, ne? Ja, doch, der fährt ja runter. Nice. Ja, doch, hat was, da mal mit den ganzen Büderzügen da rum zu spielen, vor allem, wenn es so viele sind. Wir haben noch einiges vor uns, 24 Stunden Fahrplan, aber das sprengt so ein bisschen den Rahmen von dem Video. Ich würde sagen, an der Stelle lass es auch. Ich werde es sicherlich für mich noch ein bisschen weiter zocken hier drin, aber fertig machen wäre es jetzt hier nicht. Und wenn ihr sagt, das wird doch Spaß machen, das hier mal fertig zu machen, dann holt euch das im Workshop, könnt ihr euch das einfach runterladen und dann selber zocken. Bis denn dann, ich wünsche euch Spaß, wenn ihr einen Daumen nach oben da oder einen Videokommentar, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch Mitglied vom Lion Squad hier auf YouTube, da kriegt ihr die ganzen Episoden weit im Vorhinein, bevor es dann für alle veröffentlicht werden. Bis dann, ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video, wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist, ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server, Link ist da rechts oben, gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community, ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis dann, euer Brabura, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau!